hallo und willkommen zurück zu weiter geht es hier auf pjordur schön in der nacht ist aber schon eine coole aussicht hier ist schon eine coole aussicht nein entzündet essen ich kann auch kann zwar eine zweite kiste bauen faser für eine fasern stroh schreibt einen eigenen text auf eine notiz oder legt sie in einen kochtopf um eigene rezepte zu erschaffen ja sehr schön da ist der vulkan wir hätten eigentlich auf die andere seite gemusst zumindest ich bin in der ersten runde bin ich drüben gespawnt richtung vulkan aber ist ja nicht schlimm nahrung habe ich punkte habe ich auch noch hier muss man ein paar fasern holen gehen wir uns mal ein paar fasern holen hier was ich kann keine fasern abbauen das schwimmer ist halt in der nacht der viel zu schnell kann ich den nicht in die nebenhand legen aber ich will den ja nicht ablegen jetzt sehe ich nämlich nichts kann ich den nicht in die nebenhand ausrüsten jetzt habe ich ihn wieder da aber da wollte ich den ja nicht haben ich wollte eigentlich in die nebenhand haben damit ich zumindest noch was machen kann geht nicht jetzt ist aber nicht gut hier ne das ist aber nicht gut mach die tür zu dann müssen wir warten bis morgen früh oh was spawnt denn da ja da müssen wir dann gleich mal gucken gehen da müssen wir dann gleich mal gucken gehen was es da schönes gibt aber das ist die ecke vom t-rex ne naaa du wirst dabei durst verlieren also werden wir die nicht nehmen dann werden wir die nicht nehmen auch da müssen wir gleich gucken geht das interessiert mich was da ist weil ich glaube ich weiß gar nicht ob arken story modus hat oder nicht da kann ich euch beim besten will nicht sagen das ist halt ne das kann ich euch nicht sagen dann müsstet ihr mir dann in den kommentaren schreiben ihr könnt mir dann aber auch direkt mal reinschreiben welcher dino euer lieblingsdino ist also ich für meinen fall ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus ist der wille zerab du klein gemein hinterlistig alles auf einmal vielleicht aber keins mehr drin können wir auch nichts aber wir können die kohle wegpacken man die weg merkt man dass ich angst im dunkeln habe hier in dem spiel weil ich keine lust habe von vorne anzufangen liste zu zähmler tiere okay merkt man das nähen ne es wäre auch schön wenn es so langsam wieder hell werden würde hat er schon wieder gekackt kann ich die nicht decken die kann ich nicht decken ich kann die kacke nicht decken ich kann die kacke nicht decken ich kann die kacke nicht decken ich nehme ein schluck aus meiner lula aber ihr müsst ja nicht alles sehen ne hier so mit der schleichwerbung und so muss ja nicht sein ich stelle euch mal vor ihr liegt hier so in der strohütte ohne dach ohne alles und auf einmal kommt so ein t-rex und lust einfach mal rein so und sagt einfach mal so hallo na du mein mittagessen wie geht es dir was machst du denn das schönes außer liegen und warten was machst du denn so schönes ach so die fackel wird von dem mond noch bestrahlt ja das ist ja genial das ist ja genial neues level verfügbar ja sehr schön immer darauf haben wir 14 den nehmen wir kocht auf bola trainingsgruppe die feile gehen auch nicht ne stand packel wäre auch schön alleine hier vor der tür könnte man die noch bauen ja das stimmt die könnte man vor der tür dann können wir auch so einen schönen weg hin bauen oder so müssen wir mal gucken wie wir das machen müssen müssen wir mal schauen wie wir das machen das ist aber auch eine aussicht hier ne das ist eine aussicht die ist sensationell polarlichter geräusche ohne ende dahinter leuchtet dann auch noch was sehr schön da ist auch noch was aufgetoppt da ist auch noch da ist der vulkan da müsste aber eigentlich auch noch genau ich meine da würde auch noch was leuchten nahrung ein bisschen haben wir noch ne schwarze beere macht die schläfrig wenn du sie isst sie schmeckt bitter kann aber für schwarze farbe genutzt werden ja die katze aber auch als narkosemittel nutzen die kannst du auch als narkosemittel nutzen schiebe level bringen ein schiebe die noch level 2 um aufzusteigen finde alle entdeckernotizen das riecht ja nach arbeit das riecht ja nach arbeit hier müssen wir aufpassen wegen der benommenheiten genau die nimmt ja dann zu ich weiß ja nicht wie ihr das seht aber so langsam könnte es echt mal wieder hell werden hier ich will auf der entdeckungstour gehen ich will auf der entdeckungstour gehen ich will auf der entdeckungstour gehen ich möchte endlich die holz dinge haben damit ich hier eine schöne holzhütte hinbauen kann so schön im alaska feeling oder so aber es wird ja hell es wird ja hell so langsam guckt mal und die dinge brauchen wir auch noch nicht die trinkflasche die sollten uns vielleicht auch faser und leder wir brauchen auf jeden fall noch faser ledern da ziehen wir uns das leder mal rüber wie packt man da rein da nehmen wir eine neue mit dann bauen wir uns auch eine neue neuer neuer bräuchten wir ja aber können wir ja gleich alles machen das können wir alles gleich machen dann würde ich euch zwei pink klassen machen falls wir auf wanderung gehen oder so und alles und alles der zeigt aber nichts an ne der zeigt nicht an wo ich bin sehr komisch sehr sehr komisch hier guten morgen seid ihr alle wach weil du da oben eine burg drauf baust ne und ist bestimmt auch genial das ist bestimmt ob man da rüberschwimmen kann oder ob man da lieber ein boot nehmen sollte was meint ihr was meint ihr das ist aber auch eine schöne aussicht hier ne seid mir nicht böse ich muss mal eben hier das muss ich mir festhalten so hier ist kalt ja ich weiß jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr da läuft da einer rum hallo hier wohnt keiner hier wohnt keiner hier wohnt keiner das stimmt du siehst nichts ne du siehst nichts du hörst es nur trampeln aber du siehst nichts könntest du sagen die sonne aufgehen wäre sehr 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 nice bisschen fisch anfangen ach der strahl ist jetzt auch wieder weg wechseln die alle paar minuten und hier ich in deine bude rein was soll das denn haben wir keine toilette oder was wie viel holz habe ich siebzehn habe ich nur und teile stapelteilen halbieren so einmal dann packt man da nämlich neues drauf inventar öffnen so 66 und holz brauchen wir sowieso ohne ende spätens wenn wir hier die mauern bauen also dass die holzmauer und alles sowieso arm dann sind wir die sind teuer die sind richtig teuer sind die also ich glaube wir sollten vielleicht drüben anfangen zu bauen erscheint es werden wesentlich früher hell zu werden hallo welt hallo nichts los hier es wird nicht hell es wird zum verrecken nicht hell da wird sich wahrscheinlich bildung fassern haben ich würde ein paar fassern habe so dann habe ich die zumindest schon mal mag die tür zu fassern guck mal also der meo beere samen essen meine kleinen werder nahrung nicht aufzufüllen alternativ kannst du auch deinen eigenen asylbeerenbusch anpflanzen ja das machen wir doch legen wir die samen hier rein weil die kacke liegt ja auch da drin wir können uns trinkflasche bauen ein hemd können wir uns nicht bauen schuhe können wir uns nicht bauen schuhe das hat man den auf die vier so könnte man eigentlich mal habe ich noch ein bisschen essen hier ja das leder packen wir raus dann gehen wir uns erstmal holz zu den kisten und so holen erstmal holz holen sehr mal den nehmen wir auch noch mit auch unser stroh und bringen wir das mal eben alles nach hause dann können wir nicht zuhause die tasche leer machen ich habe immer angst darüber springen wir bauen uns die zweite kiste direkt so genau jetzt habe ich da die zwei kisten und packen mich da ein ganzes holz rein level auf die 16 punkte steinspläuter auch ich ok dann müssen wir noch ein bisschen warten was haben wir da drin da ist das ganze das nehmen wir raus das nehmen wir raus das was wir jetzt mal drin pack ich da die samen rein und die bären und so wenn ich hier auf jeden fall schon mal essen habe da pack ich dir das leder noch mit rein so ich soll stopp 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 feuerstein was brauche ich stroh und holz noch ne stroh holz so wunderbar habe ich auf jeden fall schon mal genug äxte jetzt geben wir uns noch ein bisschen holz holz warte ja kaputt 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 wir müssen erst mal runter gleich gehen erst mal unten gucken dass wir da essen kriegen leder und alles für ein bettchen für ein bettchen das da rein das da rein runter wenn ich unten am strand boden und so jagen die ist auch voll sehr schön das muss ja dann lassen wir dodos jagen oder irgendetwas anderes na hauptsache wir kriegen leder da na 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 Oh, oh, oh. Ja, Drecksfee. Komm her, komm. Ja, komm. Drecksau. Ja, ich weiß. Ich weiß. Geht die Gesundheit hoch? Ne, die geht runter. Ne, Gesundheit geht hoch. Gesundheit geht hoch. Ja, ich weiß. Stell dich mal nicht so an jetzt, ne? Interessant wird es, wenn der T-Rex jetzt kommt, weil dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein kleines Problemchen. Kannst du hier noch Beeren sammeln? Ja, ne? Eigentlich ja. Nimm alles mit. Nimm alles her. Erstmal spüren vor lauter Angst in den Wald. Nimm alles, alles an Faser mitnehmen, weil die brauchen wir so oder so. Dann nach Hause. Dann braten wir uns mal ein Stück Fleisch. Das brauche ich hier nicht, ne? Den können wir da reinlegen und steigen. Der ist kaputt, den legen wir auch da rein. Nehmen wir die Fasern da rein. 21. 19 fehlen uns noch. 19. Den essen wir auch. So. Weiter geht's. Was bist du? Ich sollte vielleicht... Den Speer bauen. Vielleicht sollte ich mit dem Speer anreifen. Was brauche ich dafür? Feuerstein, Fasern, Holz. Holz. Fasern. Feuerstein ist da drin. Drei Speere. So, auf die drei. Das raus. Das raus. Die Fackel packen wir da rein. Feuerstein kommt da rein. Wunderbar. Das. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wunderbar. So. So. Vielen Dank.